hallo youtube und herzlich willkommen und ein schönes guten morgen zum neuen ls 22 info video und ja worum geht es heute kurz und knapp meine lieben wir sind heute auf der elm creek unterwegs und das bedeutet ich zeige euch einfach mal was gibt es so auf der map was gibt es so für antwort punkte und da gucken wir einfach gleich mal rein und zwar sehen wir hier die map quasi von oben und ihr seht sie ist schon sehr schön gestaltet wenn wir uns die felder angucken die felder natürlich helfer freundlich wir haben allerdings auch felder dabei die sind etwas rund gehalten wie zum beispiel hier oder die 70 hier unten und das ist schon sehr sehr schön wir sind hier auf dem einfachsten spiel stand und was bedeutet einfachste spiel stand wir haben bei einem einfachen spiel stand schon die grund ausstattung stehen das heißt den hof und deswegen werden wir einfach mal nach oben gleiten dass wir das einfach mal sehen was wir hier alles zu haben wir haben ein farmhaus wir haben eine werkstatt ein silo ist dabei und natürlich auch hier ebenfalls beziehungsweise stroh silo habt ihr auch mit dabei hinten haben wir einen wassertank wenn wir hier hingehen der ist dann auch schon mit am start es seht ihr hier in der nähe vom wasser wunderbar und wir schon einfach mal rein was haben wir denn alles schon so für maschinen so bei gekaufte gerätschaften habt ihr in der einfachen grundversion quasi schon mittelgroße traktoren das bedeutet ihr habt den schon die 47 55 den schon die 78 10 und den mf 36 70 metra habt ihr den topliner ihr habt ein auto dazu anhänger habt ihr ein dk 115 schneidwerk habt ihr ebenfalls für den topliner 1 dazu ihr habt ein grober dann habt ihr eine kleine sehmaschine natürlich auch den topliner schneidwerkswagen und zwei gewichte so aber was gibt es auf der map alles zu entdecken wir fangen einfach mal an bei unserem hof wie gesagt ihr habt dann hier das farmhaus dann habt ihr das normale silo farmer 400 plus obi das bedeutet ihr habt 400.000 liter fassungsvermögen und ihr habt einen wassertank dabei dann haben wir hier oben eine tankstelle weiter geht es mit einem fast food restaurant das ist zum beispiel eine produktionsstätte beziehungsweise eine verkaufsstätte wo ihr hier ran fahren können wenn wir da einfach mal nach oben gehen so sieht das ganze aus gleich gegenüber von eurem hof ist schon nicht schlecht gemacht dann haben wir hier natürlich auch ein paar häuser mit dabei wenn wir hier einfach mal lang fliegen seht ihr das muss man sagen sehr sehr schön gemacht vom detailgrad her im krieg in dem sinne schon amerikanisch gehalten und da das bedeutet natürlich auch lange straßen breite straßen viel platz für große maschinen so was haben wir noch schön ist wir haben hier zum beispiel die bäckerei da können wir mal hinspringen und schauen uns das ganze von oben an die könnt ihr euch natürlich auch kaufen und zwar seht ihr das hier an den maul schlüssel symbolen oder überhaupt schlüssel symbolen und da seht ihr dann wenn ja drückt was das ganze kostet und ob ihr das kaufen wollt da was haben wir noch schön ist wir haben hier den fahrzeughändler und ja das natürlich auch sehr viel platz schauen wir uns auch von oben an wenn ihr das hier seht das ist so das ganze prozedere vom fahrzeughändler und hier wenn ihr hier auf diese stelle geht seht ihr hier ist auch gekennzeichnet wenn er dann wieder zu dem maul schlüssel hingeht und abdrückt dann kann man entweder die maschinen reparieren konfigurieren oder verkaufen was gibt es noch alles auf der map wir haben eine biogasanlage wenn wir uns die einfach mal anschauen seht ihr hier ist natürlich auch schön groß gehalten na fahrt ihr vornherein und da haben wir natürlich auch hier unterstellenmöglichkeiten hier hinten haben wir zwei silos dann könnt ihr hier quasi rein kippen in die fermenter einmal hier und einmal hier da haben wir dann auch wieder ein schraubschlüssel symbol da können wir auch wieder mit acht draufklicken und da könnt ihr sehen wenn ihr sie kaufen wollt und genug benutzen habt könnt euch das ganze gönnen bis man die benutzen zusammen hat so was gibt es hier noch schönes zu sehen man kann natürlich auch hier ja an den punkten also es ist wirklich alles ordentlich gekennzeichnet mit den icons hier da seht ihr in laden beladen je nachdem wenn wir mal hier rum gehen das haben wir hier vorne auch gehabt seht ihr hier was natürlich auch auffällt es ist sehr detailreich es ist schon hier könnt ihr dann auch abladen es ist schon sehr vom detailgrad her sehr sehr detailreich gemacht und wenn man da einfach weiter schauen haben wir hier zum beispiel eine ölmühle da können wir auch hinschauen so das ganze sieht dann so hier aus die könnt ihr euch natürlich auch kaufen und seht ihr hier gibt es auch wieder so ein icon und hier könnte abgeben wenn wir uns das ganze einfach mal anschauen ist schön mächtig gewaltig so können wir hier einfach mal den blick schweifen lassen über das ganze was gibt es noch zu entdecken wir haben noch ein gesteinsbrecher für die steine die ihr quasi vom feld auf sammelt die könnte direkt beim gesteinsbrecher verkaufen das bringt quasi noch ein bisschen geld dann haben wir noch die trauben verarbeitung wenn man dann einmal hier hinschauen wenn ihr euch die gekauft habt könnt ihr natürlich auch hier abkippen und guckt man hier kleiner aber feine details wenn man hier reinschaut und hört einfach mal die geräuschkulisse ihr hört quasi es ist schon sehr sehr gut gemacht und guckt euch hier an diese bauwerke diese bauwerke die es hier gibt das ist schon phänomenal wenn wir einfach mal hier rüber gehen einfach nur um den detail grad anzuschauen und auch hier wieder geräuschkulisse mit am start hier könnt ihr quasi auch abgeben hier wo wir gerade sind das ist zum beispiel das getreide silo ost könnt ihr hin dann haben wir hier noch eine kalkstation dann haben wir hier ein getreidesilost mit bahnhof könnt ihr hier zug mieten wenn wir da einfach mal hingehen seht ihr hier wenn wir hier auf das ausrufezeichen gehen und abdrücken normalerweise genau hier oben steht wenn ihr hier drückt zug mieten zug wird in kürze ankommen seht ihr dann hier der fährt jetzt quasi und kommt dann hierher gefahren und den könnt ihr euch dann quasi auch mieten und wo fährt er dann jetzt so rum das gute stück wo ist er wo ist er ist noch nicht da auf jeden fall könnt ihr euch den zug mieten und wenn ihr jetzt quasi aufträge habt ihr nach keine ahnung an arsch der heide auf gut deutsch dann mietet ihr euch den zug und verbringt damit das erntegut oder sonstiges so was haben wir noch schönes wir haben eine schreinerei die befindet sich hier und wenn wir da einfach mal hörsen hörte natürlich auch wieder die geräuschkulisse das ist die schnittische kleine schneiderei und der schreinerei hier hinten könnt ihr das ganze natürlich wieder hier seht ihr werfen möbel hergestellt ihr könnt ihr abkippen und wenn wir hier drauf gehen könnt ihr dann logischerweise wenn ihr hier drin steht hier in diesem areal fahrt einfach ran geht hier her drückt und dann wird das holz logischerweise verkauft und taucht dann in der schreinerei auf diese könnt ihr euch natürlich auch kaufen seht ihr dann bitte hier vorne an den button da gibt es immer diesen schraubenschlüssel so überall wo dieser schraubenschlüssel ist da könnt ihr agieren interagieren in dem sände könnt ihr quasi kaufen was haben wir noch schönes wir haben eine feed in grain auf so das heißt hier können wir dann natürlich auch verkaufen das ist auch ein verkaufspunkt wie ihr seht auch eine riesen anlage es ist einfach guckt euch an wenn wir hier nach oben gehen guckt euch an wie das hier in der klar amerika alles ein bisschen größer gehalten und es schön ist schon mega wenn man hier einfach mal den blick schweifen lassen wir sie über die map ist schön ist schon sehr sehr schön gemacht was ich sehr sehr schön finde das ist so ein kleines detail wir gehen da einfach mal kurz hin und zwar handelt sich da um das wasser das ist wirklich auf jeder map so gehalten wo das wasser mit ist hier der verkehr fährt auch schnittig gut wenn wir hier schauen guckt euch das mal an wie das spiegelt seht ihr das meine lieben das ist schon es ist schon geil gemacht guckt euch das an hier wenn wir drüber gehen das ist einfach nur mega so hier gibt es natürlich auch kleine aber feine sachen hier zum beispiel ist ein boot mit drauf ist ein steg mit dran auch hier ein kleiner spielplatz gemacht und das meine die map lebt quasi von kleinen aber feinen details und das sehen wir hier und das ist wirklich auf jeder map so zu sehen und lasst uns aber mal weiter schauen und zwar haben wir hier noch eine biomasseanlage wie ist natürlich jetzt noch so zu na wenn ihr dann hier rauf geht könnt ihr natürlich dann auch holz verkaufen warte hierher und klickt dann einfach drauf holz wird verkauft und dann seht ihr das ganze hier natürlich auch weiterverarbeitet was haben wir noch hier können wir natürlich auch wieder ein zug mieten seht ihr wir können den gemieteten zug dann zurück geben das ganze machen wir mit er so hat uns dann 51 euro gekostet und ja wie gesagt stunde kostet da 1000 da gucken wir mal hier hin das ist getreide silo west wenn ihr dann hier seht gehen wir einfach mal nach oben so das ist dann hier mit dem zug da könnt ihr hier b und entladen logischerweise und ebenfalls wenn wir dann hier vor schweben und mal hier runter gucken seht ihr natürlich auch hier drin könnte reinfahren könnt das ganze abkippen und hier außen könnte das ganze natürlich wieder entnehmen so was gibt es noch schönes zu sehen wir haben hier eine müsli fabrik das ist natürlich dann auch könnte auch wieder rangehen gehört geräuschkulisse ist schon auf dem punkt produktionsstätte kaufen können wir auch wieder für 110.000 euro und hier bei der produktionskette könnt ihr dann natürlich von abkippen und es ist einfach es ist einfach nicht ein wort zu fassen wir haben hier drüben noch eine molkerei gleich gegenüber und wenn man da einfach mal nach oben gehen molkerei erklärt sich von selbst nach können wir schon bringen und da wird dann zum beispiel auch butter hergestellt und alles was ihr dann natürlich berücksichtigen müsste wenn ihr produktionen habt die ineinander greifen das heißt eine produktion stellt jetzt zum beispiel butter her die könnt ihr dann logischerweise auch in der bäckerei gebrauchen wenn wir hier hingehen haben wir hier noch einkaufszentrum so das bedeutet hier können wir natürlich auch wieder wahre abkippen verkaufen bringt quasi geld so schauen wir uns weiter hier oben um und dann haben wir nämlich hier und schon zum farmers market das bedeutet auch wieder hier können wir verkaufen das ist natürlich auch wieder so ein verkaufspunkt na es wieder sehr schön gehalten im idyllischen land man fällt man sieht natürlich was auffällt es ist nicht alles glatt na es ist schon etwas hügelisch etwas bergisch ländlich gehalten muss man sagen und das macht das ganze schon sehr interessant wir haben natürlich auch ein sägewerk wo man dann einfach mal hin springen und da hört ihr schon er ist schon ordentlich was an werkeln wenn man natürlich hier hingehen es seht ihr produktionsstätte kaufen das sägewerk zum beispiel kostet 100.000 und wenn ihr hier auf dem punkt fahrt könnt ihr natürlich dann hier wieder auf dem ausrufezeichen das holz verkaufen so wenn man das ganze natürlich auch von oben anschauen seht ihr das ist natürlich auch wieder schön ländlich gehalten hier hinten gibt es dann im hinteren bereich sehen wir dann die hackschnitzel bzw sägespäne je nachdem wie es nennen wollt na sind dann hier haben wir dann hier natürlich auch abkippen und alles und wenn man dann weiter schauen haben wir hier den viehhandel das heißt quasi hier kann man die tiere abgeben wenn man nach oben gehen und wenn ihr hier seht sorry für die stimme wenn ihr das hier seht es ist auch schon sehr sehr schön gemacht schön groß vor allen dingen wenn wir dann hier hingehen in das menü geht dann quasi einfach hierher auch guck haben wir denn hier jetzt haben wir denn hier ein kleines aber feines tierchen doch immer auch sammeln also sammelstücke du hast eine kuh gefunden es sind noch neun weitere kühe versteckt also habt ihr gesehen das bringt uns ein tausender macht euch öfter kuhsuche so wenn man hier erdrücken meine lieben wenn man jetzt so steil hätten könnten wir hier natürlich dann hier beziehungsweise schweine schafe pferde hühner bienen sonstiges kaufen was haben wir hier oben noch in der ecke haben wir noch die getreidemühle die sieht dann so hier aus auch sehr schnittig groß gehalten und da können wir natürlich auch wieder wenn wir hier auf den schraubenschlüssel gehen wenn wir uns das ganze auch wieder kaufen für 96.000 hier zum beispiel und das ist natürlich auch nicht verkehrt was haben wir noch eine spinnerei haben wir bei der spinnerei natürlich können wir können wir wollen abgeben beziehungsweise auch baumwolle abgeben je nachdem und wenn wir dann hier wieder hergehen wenn du euch die aufgabe auch kaufen das ganze für 60.000 und da muss man sagen hier wird ein stoff hergestellt und den stoff meine lieben braucht ihr dann in einer folgenden produktion aber wie was wo das könnt ihr natürlich auch gern selbst herausfinden ein bisschen spiel spaß möchte ich euch auch noch lassen soll ja bloß eine kleine vorstellung sein zu damit daher haben wir natürlich einen kleinen ball so denken war wenn man schon auf dem offert haben wollte den jetzt wollte den jetzt hergegen aber gut sei es doch hier haben wir natürlich auch noch mal eine verkaufsstelle na könnt ihr hier ran fahren kegelzentrum ist auch sehr schön gehalten ich finde amerikanisch gemacht ist das schon echt gut nach vorne hinten rum könnte abkippen und wenn wir jetzt einfach noch mal so den blick schweifen lassen über das ganze die map hat schon was die map hat wirklich was nicht nur von der größe her sondern auch von den kleinen aber feinen details die man hier so sieht wir schweben einfach noch mal in richtung biogasanlage und ja meine lieben da muss ich sagen das war es schon mit der vorstellung zur elm creek wenn es euch soweit gefallen hat mit den vereinzelten punkten die wir so angeschaut haben schreibt gerne in die kommentare gern auch zu eurer anregung und ideen was ihr sonst noch sehen wollt ihr habt natürlich auch gesehen ist in aktuellen videos online in bezug auf die maschinen oder anbaugeräte da gerne auch vorbeischauen und ja ich sag erstmal tschüss bis zum nächsten video